Was ist eine metabolische Knochenerkrankung? Die metabolische Knochenkrankheit ist eine Erkrankung, die entweder aufgrund bestimmter Ernährungsmängel, mangelnder Sonneneinstrahlung oder aufgrund eines Defekts im genetischen Code einer Person auftritt. Traditionell erfordern Knochen, um ein richtiges Wachstum und eine richtige Aufrechterhaltung zu erreichen, hohe Mengen an Kalzium, Phosphor und Vitamin D das Fehlen eines dieser Elemente führt zu einer wesentlich verringerten Knochendichte und bewirkt, dass die Knochen sehr schwach und sprüde werden. Die metabolische Knochenkrankheit kann sich auf eine Reihe von Erkrankungen beziehen, wird jedoch meistens in Bezug auf Osteoporose, Raritis und Osteogenese imperfecta in Betracht gezogen. Osteoporose ist eine Krankheit, bei der die Knochen des Körpers immer poröser werden, an Dichte verlieren und an Maße verlieren. Traditionell tritt Osteoporose am häufigsten bei Frauen auf, die das Alter der Menopause überschritten haben, und zwar aufgrund von Hormonänderungen, die zu diesem Zeitpunkt auftreten. Andere Zustände können jedoch auch zur Entwicklung von Osteoporose führen, wie Rauchen, Hyperthyreose, bestimmte Nährstoffmängel und Bewegungsmangel. Im Gegensatz zu Osteoporose tritt Raritis vor allem im Kindesalter auf. In der Regel wirkt sich dieser Zustand nicht auf die Knochendichte aus, sondern bewirkt, dass die Knochen weich werden. Diese Krankheit tritt meistens aufgrund eines Vitamin-D-Mangels in der Ernährung auf, obwohl andere Erkrankungen, wie eine schlecht funktionierende Leber, auch zur Entwicklung von Raritis führen können. Osteogenesis imperfecta wird am häufigsten durch eine bestimmte Genmutation verursacht, die die Produktion von Kollagen in den Knochen des Körpers beeinflusst. Während normale Knochen typischerweise aus hohen Mengen an Kollagen bestehen, weisen diejenigen mit Osteogenesis imperfecta erhebliche Kollagenmängel auf. Osteogenesis imperfecta führt häufig zur Bildung von Knochen, die leicht brechen und sehr sprüde sind. Obwohl dieser Zustand für Menschen jeden Alters sehr gefährlich sein kann, weisen Säuglinge, bei denen dieser Zustand diagnostiziert wurde, die höchste Sterblichkeitsrate auf. Um eine bestimmte metabolische Knochenerkrankung erfolgreich zu behandeln, ist es wichtig, zuerst den spezifischen Zustand zu identifizieren, unter dem der Patient leidet. Typischerweise wird Osteoporose-Patienten eine Reihe von Hormonersatzmedikamenten verschrieben. Vitamin D und Calcium sind auch eine gute Wahl für Menschen mit Osteoporose sowie für Menschen, bei denen Rachitis diagnostiziert wird. Häufig müssen sich diejenigen, bei denen Osteogenesis imperfecta diagnostiziert wurde, auf verschreibungspflichtige Medikamente stützen, um ihren Zustand zu behandeln. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, müssen Patienten häufig eine Kombination verschiedener Behandlungsmethoden anwenden, um ihre spezifische metabolische Knochenerkrankung erfolgreich zu behandeln.